I'm finally facing it all Fearless Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn Yo, herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn Alles klar, Digger Ich hab Jukapalne Ok Ah, wo bisch jetzt? Bisch vor mir aus dem Bär hier zu gehen Gibt? Ich gönnt Abgeschlachtet Ja Ach schon gemacht, ich sicher Ja Da krieg ich den Bär halt nicht Ich komm gleich Krieg den Bär halt nicht Ich weiß den Bär nicht Der Bär Ah, hier Hier ist der Küsli Bär Oh Ich drehe den Bär drin Nicht mit Der ist eh schon tot Was treibst du? Ich komm hier schon Was treibst du denn? Du Warum schwimmst du? Aber ist er laut? Er ist der laut zu schmied Oh nein Äh, ich muss ja Bär Ah hier Krass 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 Elbero 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 So lange dauert gell Wir haben jetzt schon 10 von 21 Hauptmissionen durch Es gibt nur 8 Nebenmissionen Woher warst du das? Wenn du auf die Map gehst Wenn du auf die Map gehst und ganz rauszoomst sonst die Kundes Was ist das? Oh Das kann ich immer ein bisschen nicht machen. Ah ja. Cool. Das gibt's immer schönes. Du hast gesagt Karte und dann rauszoomen. Ja, ein bisschen was man alles machen kann. Ah, okay. Aber 30 Außenposten? Ja, das ist ein Minus. Expedition. Aber Außenposten? Ja, okay. Da zählen pro Stern. Also es gibt 10 Außenposten. Ah, okay. Okay. Oh, oh. Der hat vom Puma eingeschritten. Digga, die sind so stark, die Viecher. Pumas. Pumas. Pumamuma. Pumas. 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 ich bin schon wieder dead man ich fliege die ganze zeit runter von schweite laufen ich spawne da mit dir f in den chat jetzt gar nicht wie viel der folge das jetzt ist aber auch pro folge halbe stunde so halbe stunde plus ist da draußen jemand Wenn die Highwaymen uns nicht gerade verprügeln, spielen sie irgendwelche brutalen Spielchen. Wir sind schon so lost, wir hätten gar nicht da hinlaufen müssen. Warum nicht? Wir hätten uns hin-teleputieren können. Wie durst du, wir haben doch gar nicht mit den Russenposten. Ja, aber ich habe ja Ort freigeschalten. Hi Nicky! Hey Arschloch! Einige unserer Bikes krepieren hier! Ich hab Zeit! Wenn ja, dann werden wir dich killen! Und deine Familie gleich im Ex-Leist, dann hilf dich! Hm? Das Leben noch gut. Wer auch immer du bist, du hast mir das Leben gerettet. Jetzt kann ich mit dem auch jede den Buchen. Danke. Tausendfachen Dank. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin hier schon seit Monaten gefangen. Die Highwaymen haben mich hierher verschleppt und ließen mich für die Zwillinge schuften. Ich muss zurück nach Hause. Mein Fluchtfahrzeug ist auch schon fertig. Na komm, lass uns abräumen, bevor noch mehr von diesen Wichsern auftauchen. Ich bin übrigens Nick. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Komm mit. Ich hab die Idee. Oh, Spiel. Ich kann's gut rein. Hm, cool. Scheiße, ja! Juhu! Hier rum kommt der Name. Äh? Hier rum kommt der Name mit Bekrankung. Kann es sein, dass es der Mann ist von dieser... King? Die haben uns beide rausgeschlägt und ich musste dann weiter an dem Ding arbeiten. Könnte es sein, oder? Könnte man einen, der hier in der Nähe verschwunden ist. Er war besessen davon, in einer Höhle am Fluss zu leben. Ich vermute, der arme Teufel ist tot, aber sein Zeug ist sicher noch da. Wenn du es findest, gehört es dir. Sie ist zwar längst nicht... Ich will dich durch... Oh... Böse abgemacht. Böse abgemacht. Böse abgemacht. Woh? Ah... Mach stück sie. Da ist sie. Wie gesagt, sie ist nicht fertig. Also der Teil mit dem Fliegen... Aber ist sie nicht wunderschön? Los, geh und steuere. Ich halte so lange nach Ärger Ausschau. Lass uns hier verdammt noch mal abhauen. Gerade aus! Behalte bloß dein Essen bei dir! Ja. Ah, kannst du da nicht einsteigen? Ich war ja noch gar nicht bei dir. Kann man da nur ein einsteigen lassen? Nein, da gibt es drei Plätze. Danke. Komm schon. Noch einen Moment. Was machst du? Geh rein. Lass mich rein! Oh. Das war aus Versehen. Komm. Ich muss einsteigen. Einsteige. Bube. Oh, jetzt steige ich so. Jetzt ist Platzhänder. Bube, wo ist der? Hier, kann nur rein oder? Ja, stimmt. Hier auf das Wettbewerb. Das wird dir verdammt noch mal abhauen. Geradeaus! Was? Hehehe. Behalt bloß dein Essen bei dir! Und gleich noch mal! Halt dich da vorne links! Halt dich! Halt dich! Mach dich! Mach dich! Nice! Halt dich! Oh, vielleicht war das doch nicht so ne tolle Idee! Festhalten! Scheiße, ja! Das war es! So. Das Teile ist schon cool! Hell ja! Was? Junge! Oh je! Die fahren halt voll gegen mich, Alter! Das ist die Golds! Oh Mann! Oh Mann! Was von vorne nochmal? Was? Was von vorne nochmal? Diesmal ohne das zu zerstören schießen? Was? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Und gleich nochmal! Das waren die... Äh... End. Die. Halt dich da vorne links! Oh, vielleicht war das doch nicht so ne tolle Idee! Die. Festhalten! Scheiße, ja! Das war irre! Verdammt! Die Highwaymen! Wir sind halt schreit. Ich habe eine elektrische Spielkraftwerk. Hm? Ich habe eine elektrische Spielkraftwerk. Ich habe hier eine elektrische Spielkraftwerk. Es geht hin. Oh Gott. Es ist so lange her, dass ich zu Hause war. Dass wir alle zusammen waren. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Das ist Teil des Übungsgleichs. Hat das, ja? Hat das. Ich glaube, das war's. Danke. Lass uns tanken und dann ab nach Hause. Siehst du den Schuppen? Alter. Der Kuh, Digga. Ich will da einfach ne Kuh drin. Ja, Mann. Das ist, äh, das ist Dings Ursula. Ursula, die Kuh. Ursula, die Kuh. Ja. Okay, ziehen wir's durch. Das ist ne Ursi, die Ursula. Carmina? Carmina? Weißt du, wo meine Draht hier ist? Sie war doch hier irgendwo. Oh Mann, wie ich's gewusst hab. Sie war doch grad noch hier. Wo hab ich sie denn nur? Hast du etwas verlegt, Liebling? Hey, Baby. Hi. Oh, wie du ihn beschäftigt bist, kann ich nahe halten. Hey, Kiddo. Hey, Kiddo. Hey, Kiddo. Hey, Kiddo. Danke. Oh, mein Herz ist gerührt, Familien wieder zusammenzuführen. Aufbau von Prosperity. Ah, wir haben ein Flugzeug gekauft. Maschallah, einfach ein Flugzeug. So. Dann verbess ich mal Prosperity auf Stufe 3. Das kostet noch nicht. Echt? Ne. Carmina, das Flugzeug. Krass. So. Jetzt können wir alles auf Stufe 3 verbessern. Glitter 0 Haschmacht. Ich kann nur eine Sache machen und nicht machen. Werkbank. Kostet 700 Ethanol. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Was? Teurer Spaß. Aber dafür können wir jetzt länderne Waffe nutzen. Gold. Ja, ja. Ich meine nicht so. Ich kann einfach so goldene Schaufel machen. Könnt ich machen, oder was? Goldene Schaufel, ja. Aber mehr nicht. Ich habe kein Titan. Ich habe kein Titan. Kein Titan. Ah, nö. Ich kann doch MP machen. Schrotflinte. Sturmgewehr. All. Stoß, Sägeblattwerfer, VOT. Und ein Schafschutzgewehr. Der Bogen. Oh, Tick und Crank, Alter. 1200 Damage. Oh, Tick und Crank. Oh, Tick und Crank. Irgendwie schon geil aus. Der 2-Bild. Ah, die Sniper sieht auch krank aus. Diese MP5-Gorilla. Space Force. Ah, KMS. Strahlendes Pink. Ich kann nicht mehr nicht den Bogen. Na, ich spare jetzt auch auf den. Guck mal, ne, Spaß. Spaß 12. Klammwerfer, Knotion. Sägeblattwerfer. Ich kann mehr den Bogen. Hast du schon genug holen, oder? 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 Krank, krank, krank. Der hat einfach alles, oder? So, Raketenwerferanfänger. Amateur. Ich bin Chucky, die Mörderpuppe. Wahrscheinlich, Digga. Mh, warte mal. Ich will. Amateur. Na, Kampfamateur. Wollten wir nicht eigentlich die Schatzlücken dahinten noch machen? Ja, das können wir machen. Mh, mh, mh. Also, Raketen erst behalte ich noch. und LNG-Amateur. Schleuder, Raketenwerfer, Nahkampf. Oh, Mann, LNG-Amateur. dann nehme ich mal die elegenie kann ich nicht mehr machen ich will die titan so ich mal kurz auf die karte ups was schon fertig nicht das ist jetzt geplant die Stadt um die Schatz bisher zu machen ja ich denk mal das wird reichen Was macht man das denn? Guck mal, da oben sind Wölfe. Was ist das denn? 6 Schaden, 18 Schaden. Wir kommen jetzt. Ich hab die, glaub ich, verärgert. Oh, der Bogen ja nicht. Der andere Bogen war ja besser. Wohl keine Muni jetzt, aber ja richtig. Oh, was die vor entdeckt. Wölter, mach mir doch keine Angst. So, was steht hier schönes? Boah, jetzt wird's für mich. So, ab ist hier nicht stark. Nur zwei Sterne Munster. Endlich. Der letzte Tag. Dann hab ich meinen ganzen Kram beim neuen Versteckfluss abwärts. Was für eine Erleichterung. Und ich bin so froh, dass ich die Lagerstelle angelegt hab, um mich auf dem Weg auszuwohnen. Außerdem hab ich Fahnen aufgestellt, um die Orte zu markieren. Nachdem wilde Tiere mein Lager vermisst haben und mich verlaufen habe. Aber ich hab fast geschafft. Eine letzte Ladung, die ich noch transportieren muss. Klingeling macht der Schlüssel. Ich kann's kaum erwarten. Fluss abwärts. Fluss abwärts. wie ich es hasse zeug durch einfluss und ich habe mindestens drei Tonnen vor mir scheiße dumme Brücke schleppen, die dummen Hügel runter und die dummen Wölfe und Bären überleben, es ist alles sofort da was müssen wir machen ah ne, okay ah ne so, exzantere ist also es hieß auf jeden Fall flussabwärts ah, die sind kaputt was ist denn der, alter nur der alter wir müssen hier lang hier runter ne, ich komm gleich hier Oh, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist so ein Ding, der wir da sind. Ja, das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding, der wir da sind. Überstock und Überstrahlen, aber das ist nicht egal. Oh, was ist das? Hier ist die Schuhe. Das sind Fahnenfolge. Hä? Hä? Ja, wo bist du? Was? Was? So, die Städte, oder? Ja, ich sponke mich wieder. Ich hätte extra gesagt, wir müssen den Fahnen folgen. Hast du den neuen Bogen schon, Dicker? Ja, ich habe den. Den goldenen. Krass, Alter. Was für Cheater. Den Flammenwerfen. Oh, Dicker. Wo ist jetzt der Fluss? Ich glaube jetzt einfach zu den Punkten. Nee, gibt es gleich nicht zu den Punkten. Nicht. Ich will nicht hier hin. Bleiben lassen. Das ist ein Schatzbuch. In der falsche Richtung. Müssen wir jetzt sicher nicht da hoch. Nein, du musst den Fluss abwärts den Faden hinterher. Ah, cool. Ich dachte, ich wäre auch schon los zu meinen Geschichten. Ich bin jetzt wieder da, oder was? Hier. Da wo ich bin. Ja, ich komm. Ja, ich komm. Ach du bist schon wieder tot. Nee, ich bin nicht. Ich hab den, ich hab den Eingang gefunden. Ich hab den. Das ist nicht drauf. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Hast du erst ne neue Schatz zurück? Nein. Das ist die Schatzsuche, die wir gerade alle haben. Die Hilfe sind sehr, sehr wichtig. ein bisschen wasserfall und das bringe das ja du siehst aber macht ein kleid bisschen wasserfall rein oder was leute was dabei war und wir sehen uns bei der nächsten folge haut rein bis zum nächsten mal euer giant auch